Hi, ich bin der Timo und ich erkläre euch heute etwas über Magnetventile. Magnetventile gibt es in verschiedenen Ausstattungen und Formen von verschiedenen Herstellern. Wir haben hier zum Beispiel einen 100er DVMM Ventil mit 24 Volt Spule. Heißt, ich habe hier ein einzölliges Außengewinde dran, hier habe ich ein Magnetventil mit Innengewinde und einer 9 Volt Steuerung. Das Ventil besteht meistens aus vier Komponenten, heißt, ich habe oben meine Spule drin sitzen, die über die Steuerungsart entscheidet, habe mein Gehäusedeckel, habe meine Membran und mein Gehäuseboden. Die Spule ist ausschlaggebend darüber, wie die Ansteuerung vonstatten findet. Heißt, wir haben hier zum Beispiel 24 Volt Kabel dran, hier haben wir ein rotes und schwarzes Kabel dran, heißt, ich habe eine 9 Volt Steuerung, die ist meistens in der Nähe irgendwo verbaut, oftmals direkt im Ventilkasten oder hängt aber irgendwo in der Nähe vom Kasten. Bei 24 Volt könnt ihr davon ausgehen, dass irgendwo ein 230 Volt Steuergerät hängt, müsst ihr dann natürlich genau fragen, wo es hängt oder wo ihr es installiert habt. Bei Fragen zur Verkabelung schaut euch gerne einfach das andere Video dazu an, da erfahrt ihr auch noch mal mehr über die gesamten Steuerung, wie ich das Ganze verkabel, was ich beachten muss und so weiter. Ventile sind eigentlich immer relativ gleich aufgebaut, wir nehmen jetzt mal eins auseinander und schauen uns das mal an, wo auch Problemstellen auftreten können. Um mal ins Gehäuse direkt zu kommen, schraube ich die Spule hier einfach einmal ab und lege die auf die Seite. Achtet darauf, dass das Ganze dann nicht im Dreck liegt. Ansonsten sind in dem Ventil sechs Schrauben installiert, die einfach aufdrehen und den Deckel abheben. Das kann ich dann auch auf die Seite legen, jetzt bleibt hier noch dem Ventilboden und die Membran übrig. Die Membran kann ich einfach abheben. Hier bitte darauf achten, dass die Feder nicht verloren geht, da die später benötigt wird, damit das Ventil wieder ordentlich schließt. Hier habe ich jetzt noch den Gehäuseboden in der Hand, ist so aufgebaut, dass der Pfeil die Flussrichtung markiert und sich das Wasser hier unten verteilt. Wie funktioniert so ein Ventil? Wasser kommt immer in Flussrichtung rein, das ist meistens markiert mit einem Pfeil auf dem Ventil. Heißt, der Gehäuseboden füllt sich einmal mit Wasser und drückt die Membran nach oben. Hier ist ein kleiner weißer Durchlass drin, womit Wasser in die obere Kammer gelangt. Damit entsteht oben und unten der gleiche Druck. Über den Flächendruck, der oben größer ist als von unten, weil wir hier nur den Außenbereich haben, der die Membran nach oben drückt und von oben das Wasser auf die gesamte Fläche von der Membran drückt, schließt das Ventil und setzt sich in der Mitte auf den Ventilsitz. Öffnet nun die Magnetspule bzw. drehen wir das Ganze manuell an, entsteht ein kleiner Kanal, bei der Magnetspule ist er direkt ausgangsseitig und der Druck aus der oberen Kamera entweicht. Unten der Druck ist wieder höher, die Membran schiebt sich nach oben und der Ventilsitz ist geöffnet, damit wir einen kompletten Durchfluss haben. Wenn das Ventil wieder verschließt, wird dieser kleine Kanal vorne wieder verschlossen. Der Druck, der auf die Membran drückt, ist von oben wieder größer als von unten, heißt die Membran drückt sich nach unten auf dem Ventilsitz und verschließt das Ventil. Wenn ihr merkt, dass in der Anlage irgendwie einmal ein bisschen Wasser steht oder sowas, zum Beispiel am letzten Regne einer Station immer wieder Wasser austritt oder die Tröpfchenbewässerung nicht beendet, kann es sein, dass sich im Ventil ein bisschen Dreck abgelagert hat. Dann würdet ihr wie folgt vorgehen, dass ihr das Ventil einmal auseinander schraubt, bis die Membran freigelegt ist, diese abheben und das Ganze einfach mal spülen. Heißt, ich öffne nun die Wasserquelle, alles spült sich aus. Ich gucke natürlich auch, ob die Membran irgendwo beschädigt ist oder sonst was. Im schlimmsten Fall muss ich die austauschen. Tauscht dabei bitte einmal das komplette Ventil aus und nicht nur die Membran. Sonst habt ihr irgendwelche Restbestände wieder rumfliegen, könnt ihr eigentlich nur wegschmeißen. Daher am besten das komplette Ventil einmal austauschen. Habt ihr alles gesäubert, gilt es wieder das Ventil zusammenzubauen. Da die meisten Ventile relativ idiotensicher sind, geht es auch nur in eine Richtung. Bitte darauf achten, dass alles passt. Ich drehe die Schrauben wieder nach und nach fest und installiere danach wieder die passende Spule. Bitte hier nur handfest zudrehen, nicht mit einem Werkzeug oder Zange nachziehen, denn sonst beschädigt ihr hier oben den Spulensitz und ihr könnt das komplette Ventil doch austauschen. Wenn ihr noch mehr Fragen vor allem zur Verkabelung habt, wie die Ventile in der vormontierten Einheit eingebaut sind, schaut euch gerne einfach die passenden Videos dazu an. Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, dürft ihr uns natürlich jederzeit gerne anrufen oder ihr besucht unsere Schulungen im Winter. Alle Artikel findet ihr wie immer auf unserem Online-Shop autoreign.de. Ich sage vielen Dank, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.